Ich sitze hier im Stiegelgut Wildshut vor einer wunderbaren Frettljause mit lauter Produkten, die hier gemacht und produziert werden. Aber es geht natürlich hier ganz besonders ums Thema Bier, weil hier wird das Bier gebraut und neben mir sitzt Bierbraumeister Markus Trinker. Markus, es ist ja so, dass wir als Bären Ernährungsberater haben ganz lange gesagt, ja, weniger Bier, weil so viel Kohlenhydrate. Aber ich habe jetzt mehr und mehr das Gefühl, dass Bier schon einen guten Platz im gesunden Lifestyle hat, weil es ja eigentlich doch auch ein sehr ehrliches und echtes Produkt ist, oder? Ja, Bier ist tatsächlich ein sehr, sehr ehrliches Produkt. Bier ist eines der ältesten Kulturgetränke, das wir kennen, wenn man zurückblickt zu 5000 vor Christus, wo Bierbrauen begonnen hat. Das hat sich dann weiterentwickelt, ganz ein wichtiger Zeitpunkt war dann das Reinheitsgebot 1516 und da steckt es schon drinnen, die Reinheit. Und das ist auch so blieben. Bier besteht hauptsächlich aus Wasser, dann aus Malz, je nachdem Gerstenmalz oder Weizenmalz, dunkle, helle Malze und dann natürlich der Hopfen da drinnen für die Bittere und für das Aroma auch. Und dann kommt die Hefe dazu für die Vergärung. Und das war es dann eigentlich schon. Und das ist aber dann schon eine breite Spielwiese für den Braumeister. Und so entstehen wunderbare Biere. Und eben auch eine große Sortenvielfalt. Und ihr habt ja ganz viele verschiedene Biere. Was haben wir jetzt da für eins zum Beispiel? Ja, also das ist unsere Sommerliebe. Dürfen wir schon mal trinken? Das trinken wir mal. Prost! Ich finde das immer so schön, wenn das in solchen Gläsern serviert wird. Also diese Sommerliebe, das erste ist natürlich, wenn man bei Bier trinkt, man riecht dann immer hinein. Oh, jetzt war ich zu schnell. Wenn du es mal hineinriechst, man riecht ja richtig fruchtiges. Fruchtige Noten, so ein bisschen Mango, Papaya, also sehr tropische Früchte. Das kommt vom Hopfen. Es gibt Hopfensorten, es gibt weit über 200 Hopfensorten, die so jetzt gängig sind. Angefangen von grüngrasigen Noten bis über fruchtige Noten, holzige Noten, blumige Noten etc. Und da ist natürlich auch von der Natur aus her schon sehr viel Spielraum für uns Braumeister, wo wir einfach Biere machen können, die sich einfach schon mal vom Hopfenduft unterscheiden. Dann gibt es Ober- und Untergäriges, zum Beispiel ein obergäriges Bier. Auch die obergärigen Aromen riecht man da schön hinaus. Und das ist halt wirklich ein Bier für den Sommer. Durchlöschend, leicht hopfig, spritzig, elegant, schlank. Und so riecht man uns auch dann mit den Bieren heraus, gerade so wie die Jahreszeit. Ja, vielleicht im Winter kann es ruhig was Stärkeres sein, im Sommer was leichtes Spritziges. Und das reiht sich ein, neben unseren ganzjährigen Wildzut der Bieren, die wir immer dann haben, also für die Gmadewiesen, das Sortenspiel und die Männerschokolade. Und was haben jetzt diese ganzen unterschiedlichen Getreidesorten da für einen Einfluss darauf? Ihr baut ja auch die ganzen, ich sag mal, ganz viele so Urgetreidesorten hier an. Ja. Und die werden ja da auch, haben ja da auch eine Bewandtnis. Ja, also das Spiel natürlich, Malz ist natürlich mengemäßig, nach dem Wasser gleich das Nächste, was man braucht wird. Im Schnitt für ein, sag ich mal, ein Bier mit 5% Alkohol braucht man für einen Kasten Bier ca. 1,8 Kilo Malz. Und wir in Wildzutrek kultivieren schon sehr lange und erfolgreich verschiedenste Malze, eine alpine Pfauengerste, also eine alte, ausgestorbene Gerstensorte. Das ist die da hier. Den laufenden Landweizen, der hier beheimatet wird. Dann haben wir einen Dinkel, der heißt eben das Rotkorn, auch eine alte Getreidesorte. Und da das ist Schokolade, ist das das, wo da dieses Schokobier entsteht daraus? Wir nehmen den laufenden Landweizen, vermälzen den in unserer eigenen Melzerei und zu einem späteren Zeitpunkt wird dann das getoastet bei ca. 180, 190 Grad und wenn du das reinriegst, dann riechst du wirklich schön diese schokoladen Mokkanoten da drinnen und mit solchen Malz macht man auch dunkle Bire. Du, und jetzt habe ich ja bei euch auch hier bei den Schweindeln füttern dürfen und die kriegen ja diesen Trever. Richtig. Also das ist irgendwie das, was überbleibt, der Satz beim Brauen. Was hat das für Bewandtnis, dass die jetzt das zum Festen bekommen? Ja, also dazu sei gesagt, dass wir in Wildsüde draußen das Thema Kreislaufwirtschaft sehr stark betreiben. Auch das Thema Bierbrauen beginnt bei uns im Boden. Also gerade Bodengesundheit, das sind einfach unsere Schwerpunkte. In Kreislaufwirtschaft heißt eigentlich nichts anderes, dass wir schauen, zum Beispiel, wenn schon in der Melzerei, wenn so ein kleines Korn, das man nicht mehr melzen kann, wandert, wird dann im Silo gesammelt und geht dann rauf in die Landwirtschaft als Schiefutter und so geht eigentlich nichts verloren. Also das Schweinl entwickelt auch dadurch natürlich ein gutes Fleisch. Absolut. Und das ist ein ewiger Kreislauf und wenn man das einfach gut macht, dann ist das eine super Sache und da sind wir sehr stolz, dass wir natürlich das alles auch draußen so leben und so betreiben können. Ja, weil es wirklich auch eine nachhaltige Angelegenheit ist. Genau. Sprechen wir nochmal ein bisschen über das Bier und seine Wirkungen. Klar, Bier hat einen Alkohol, das brauchen wir jetzt nicht verschweigen. Da gilt ja auch ein bisschen, die Dosis macht das Gift, aber hat auch durchaus positive Eigenschaften. Ja, also natürlich ist es so, dass der Alkohol immer so ein bisschen die Abschreckung ist. Wobei man aber sagen muss, 5 Vol. Prozent Alkohol ist jetzt nicht so viel. Ist ein Weiner mehr oder irgendwas anderes mehr. Ein Gin Tonic hat auch mehr. Genau. Und genau die Menge ist. Ja, also wenn man ein Seiterl Bier trinkt am Tag, sage ich jetzt einmal, zum Mittagessen oder zum Abendessen, dann bin ich der Meinung, dass das mir taugt, mir selber. Abgesehen davon ist im Bier drinnen sehr viel an Spurenelementen, es ist an B-Vitaminen sehr reichhaltig drinnen. Zum Beispiel der Hopfen. Der Hopfen wirkt beruhigend, der wirkt sedativ, er wirkt harntreibend. Also durchaus sehr viel Positives überwiegt und da bin ich der Meinung auch, dass man das mit ruhigem Gewissen in Maßen genossen genießen kann. Aber ich würde zum Beispiel aus Ernährungssicht sagen, lieber ein Glas Bier als eine Limonade, die mit tausend Farbstoffen und Zucker und gegebenenfalls noch Nusszustoffen versetzt ist. Wenn man dann wieder bei der Natürlichkeit, bei der Natürlichkeit ist es absolut so, natürlich wenn man es schon trinken darf, ab einem gewissen Alter. Ab einem gewissen Alter, genau. Das ist ein gutes Schlusswort. Markus, vielen, vielen Dank. Ich habe wieder ein bisschen was gelernt und ich würde sagen, wir lassen uns jetzt einfach mal wieder die Außensperrchen. Genau. Das machen wir. Zum Wohl. Bis 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 zum Wohl. Untertitelung des ZDF, 2020